Alter, an das Serafenn-Treffen! Das ist so heftig. Wir haben ein spontanes Treffen gemacht. Es kamen so viele Leute hier in Berlin. Das ist der Hammer. Hey Leute, genug! Komm da! Vorsicht! Leute, ganz ruhig. Stell dich jetzt bitte in die Schlange. Es ist für jeden ein Autogramm da. Leute, 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 Leute! Könnt ihr mir ganz kurz zuhören? Leute, Leute, Leute! Werde ich jetzt in die Schlange? Jeder kann ein Autogramm haben. Autogramm? Ja, ein Autogramm! Die Möglichkeit, ein Autogramm zu bekommen. Leute, Leute! Stell dich jetzt mal hin. Ich bin auch ein Autogramm. Leute, ich bin ein Kind von dir. Scheiße, wir können dieser Fan-Mäute nicht standhalten. Ahhhh! Ahhhh! Oh nein! Ahhhhhhhh! Ahhhh! Ah, das ist gut! Ah, was ich? Ah, dass ein Autogramm. Ah, das stimmt. Das stimmt. Ah, ist das stimmt. Drei, da.